Hallo meine lieben Menschen, ich möchte euch darüber informieren. Am Samstag, 26.11.2022 um 10 Uhr treffen sich Katholiken aus dem Ruhrgebiet, um vor der neuen Günaikon Abtreibungsklinik im Gebäude des Kaufland in Dortmund-Körne eine Gebetswache abzuhalten. Diese soll ca. 2 Stunden dauern und mit dem Angelus um 12 Uhr enden. Die Adresse lautet, werde ich euch einblenden, Körner, Hellweg 142 44 143 in Dortmund. Ich bitte euch um euer Kommen. Sagt allen euren Leuten Bescheid, denn das Thema drängt. Und ich will in meiner Stadt einen solchen Ort des teuflischen Grauens nicht haben. Ich habe gerade noch einen Film, das ist ein Aufruf, den ich hier vorgelesen habe. Jemand hat es an mich geschickt. In Dortmund wurde eine Kindertötungsklinik, das muss man sich mal vorstellen, in einer Klinik sollte man ja etwas Gutes tun, Menschen dazu verhelfen, dass sie heil werden, dass sie gesund werden. Und in Dortmund wurde eine Abtreibungsklinik eröffnet. Um Kinder zu töten. Und ich finde es auch grauenvoll. Es ist schrecklich. Es ist ein schreckliches Verbrechen. Und Jesus hat gesagt, wehe denen, die sich an den Kleinsten vergreifen. Und das sind die Kleinsten. Es wäre besser für sie, wenn sie mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen werden würden. Also solltest du in so einer Klinik arbeiten, solltest du so einen Job machen, solltest du meinen, du tust damit etwas Gutes und vertrittst Frauenrechte. Man spricht ja so häufig von Kinderrechten und von allen Rechten. Das erste Recht eines jeden Menschen ist das Recht auf Leben. Und wenn dieses Recht einem Kind, welches gezeugt wurde, ob jetzt nun geplant oder ungeplant, gewollt ist dieses Kind immer und zwar von Gott, wenn man das anzweifelt, dass dieser Mensch, nur weil er selbst keine Stimme hat, kein Recht hat zu leben und dass es ein Recht eines anderen Menschen ist, über diesen Menschen zu urteilen, ob dieser Mensch leben darf oder ob der exekutiert werden darf, dann ist es einfach schlicht und ergreifend falsch. Du sollst nicht töten. Das ist eines der zehn Gebote, die wir haben. Und ich lade auch ebenso Muslime ein und alle Menschen anderer Religionen am Samstag, den 26.11. in Dortmund-Körne im Kaufland, um 10 Uhr bei dieser Gebetswache dabei zu sein. Denn nicht nur Katholiken haben etwas gegen Abtreibung, sondern auch Leute anderer Religionen. Wenn du evangelisch bist, katholisch, orthodox, gar nichts, gar nicht an Gott glaubst, aber denkst, es ist nicht richtig, wenn man Kinder tötet, komm einfach am Samstag, den 26.11. zum Körner Hellweg 142 in 44143 Dortmund. 10 Uhr bis 12 Uhr. Man lernt bestimmt gute Leute kennen, Menschen, die sich damit auseinandersetzen, wie es ist, also mit wichtigen Dingen auseinandersetzen. Heute habe ich mir noch einen Film reingezogen von einem Priester, einen polnischen Film, wo er dann sagte, dass er von einem Fall in Polen gehört hatte, wo ein Kind nach einer Abtreibung, weil es auch legal gewesen ist, ließ man dieses Kind eineinhalb Stunden weinend auf einem kalten Blechtisch liegen, bis es dann gestorben ist. Das sind Methoden, also in der grauen Geschichte Deutschlands gab es diese Methoden schon mal, wo manche ausprobiert haben, wie lange ein Kind vereinsamen und frieren muss, um zu sterben oder wie lange eine Mutter braucht, um zu sterben, wenn sie keine Nahrung hat. Und es ist nichts anderes als damals nur, dass heutzutage sogar noch Gesetze dazu gemacht werden, die es erlauben, wo wir uns dabei noch gut fühlen und andere noch schreien, das sind die Rechte einer Frau, weil my body, my choice, das ist richtig. Über deinen Body kannst du eine Choice haben, eine Wahl haben, aber in deinem Body wächst ein zweiter Body. Ein zweiter Body, dein Body hat nicht vier Beine, vier Arme, zwei Köpfe und zwei Torsos, sondern dein Body hat zwei Beine, zwei Arme, ein Torsos, ein Kopf und der Body des Kindes, was in deinem Bauch ist, ist ein Geschenk. Der Ort der Mutter, der Bauch der Mutter sollte der sicherste Ort dieser Welt sein und bei über 60 Millionen Abtreibung jedes Jahr ist er zum gefährlichsten Ort dieser Welt geworden. Kein Ort dieser Welt ist so gefährlich für Kinder wie der Bauch der Mutter. Deshalb danke ich an dieser Stelle allen Mamas, allen Schwangeren, allen, die sich für das Kind entschieden haben, ob es jetzt gewollt ist, ungewollt, geplant, ungeplant, allein erziehend oder eben nicht. Es ist egal, jedes Kind ist ein Geschenk und es ist eine große Freude und ich bitte euch, kommt nächsten Samstag nach Dortmund-Körne zum Kauflandgebäude Körner-Hellweg 142. Um 10 Uhr beginnt dort die Gebetswache, damit dieser Tötungsladen schließt. Gelobt sei Jesus Christus und Maria. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.